Wie gitt. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Ihr, die wir heuer lieben, erstheben werdet, das Publikum grünen. Noch mehr. Bist du auf einen Kampf? Was ist das? Ja 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 Ah! Dyson! 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 Willst du kämpfen? Der Akval Office losgeht und er Luis wird sie sich befrieren um DAST Your pozw ihr eites Leben restieren werdet! ist das tun! Losquettes Die Waffel was macht was lengthen Ich kann's nicht gewinnen. Deine Zeit ist abgelaufen. Dafür wärst du leid. Scheiße, ich brenne! Es ist ein Eis-Trabber! Ich bin ein Eis-Trabber! Ich bin ein Eis-Trabber! Ah, nein, nein! Was ist das? Oh! Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF Ja! Ja, ja, ja! Willst du kämpfen? Wollt ihr die Besten? Ich fragte, euch mach ich fertig! Wollt ihr nicht? Schnauble! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja! Was? Nein! Mach's auf! I smell these panties! I smell these panties! Help me up! I smell these panties! Willst du kämpfen? I'm not going to die! You're your life! You're your life! Now it's enough! You're her. Try it! They're still fighting for a положit matter! I'm your £1. Fass uns auf! Fass uns auf! Das war's. Geh, Geh! Ah! Geh, Geh! Der ist ja wieder in Kisten. Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! 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 ZD-Geräusch Oh, 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 oh. Ich bin der Schuss! Ich bin der Schuss! Ich bin der Schuss! Ich werde ihn nicht mehr verletzen. Was ist das? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Ich stelle mich dem geheimnisvollen Gegner in der Arena. Skura sagte, selbst die Götter würden für den hier jubeln. Skura! Skura! Sieh dir das an, Söldner. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg. Meine Zeit in der Arena. Meine Tochter, Aenea. Und du, du Söldner. Denk doch mal darüber nach. Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Du wirst gegen mich kämpfen müssen, Söldner. Ich zögere nicht, dich zu töten, wenn du mich lässt. Na schön, alter Mann. Ich schicke dich ins nächste Leben. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Du wirst gegen dich. Aubert häufig. Oh Nicht schlecht für einen alten Mann Nicht schlecht für einen alten Mann Wirklich nicht schlecht Das dachte ich auch Was ist mit der Nähe? Deiner Tochter Ania ist tot Sie ist seit neun Jahren tot Und als du sagtest, du wirst sie wiedersehen Ich hatte Angst, dass sie sehen würde Was aus mir geworden ist Ein nutzloser, alter Mann Doch du hast mir einen Weg aufgezeigt Wie ich ihr stolz gegenübertreten kann Als Held der Arena Glaubst du, sie wäre stolz Sie wäre stolz Ich wäre es Ich erzähle ihr von dem neuen Helden in der Arena Einem ehrbaren Kämpfer Ich danke dir Ich danke dir Freund Friedlich, nicht wahr? Das ist es, worauf wir alle hoffen Frieden und Respekt Wie verdient man sich das? Frieden und Respekt Wenn wir tot sind Wenn wir tot sind, müssen unsere Taten für uns sprechen Sie definieren uns und unser Vermächtnis Was zählt ist, wie man sich an uns erinnert Wie wirst du dich an Skura erinnern? Ich erinnere mich an ihn so, wie er war Ein Held der Arena Und ein Freund Das Publikum gibt niemals Ruhe Willst du mit mir zur Arena zurückkehren? Gehen wir Ich erinnere mich an ihn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich führe alle, die gegen uns sind, zu den Toren der Unterwelt. Möge der Kosmos mich leiten! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017